Hallihallo, Hallöle bei The Forest mit dem Jonny Myself. Ja, Fähchen, alles klar? Ja. Ja, es sind noch zwei Tage und sechs Stunden bis zur Version 0,25. Ja, ich muss mal etwas trinken. Mit dem Scheinverkopf. So, und, was wollte ich sagen, ach ja, wir haben Überlebungstag 97. Könnte ein wenig entspannen werden. Ja. Noch mehr Ureinwohner, noch mehr... Noch mehr... Noch mehr Musi-Kläuse, noch mehr... Survival! Noch mehr Survival! Da ist noch jemand, glaube ich, Steine am Sammeln. Klar. Oh, zum Beispiel! Ja, ich brauch keinen Leuchten. Ich hab mich schlau gemacht, ich hab mir... Einmal hab ich mir hier die Haut umgebrachtet, da mit diesem... Ich hab dann noch gebrauchtete Haut an. Ja, ja, das ist... Nein, ähm, was wollte ich Ihnen jetzt sagen? Das hast du mich auch... Also mit Blättern. Also mit Blättern und dann... Und jetzt normale fünfmal noch mal am... Das muss ich auch noch mal machen. Nur, das verrate ich dir jetzt nicht. Dann wüsstest du es ja auch. Auch ganz vergessen, ich kann auch noch mal machen. Und so hat er denn jetzt Durst, der braucht auch keine Nächste trinken hier. Wir brauchen doch nichts zu trinken! Uff, so viel Blätter. Du brauchst schon viel Blätter, aber so viel dann auch nicht. Wir sollten uns nochmal vielleicht... Den Tauchanzug besorgen. So, ich will! Was denn? Machen wir gleich. Ich geh jetzt gleich mal durch hier aufhören, mal was essen. Crafty mir gerade mal eine... Obwohl ich hab ja noch Blätter eigentlich dran. Weil ich hab ja noch die gecraftete... Wenn das nicht weggeht. Weil manchmal hab ich das Gefühl, dass das irgendwie nach dem Neustart... Da hinkst du ein Frueinwohner. Was denn? Dass die Blätter irgendwie weg sind. Welche Blätter? Ja, ich hab ja eigentlich Blätter. Also meine ist ja ummantelt. Eigentlich mal nur durch halt. Ach so, ja. Manchmal hab ich auch das Gefühl, weil ich seh nicht mehr so getarnt aus. Du kannst ja auch einfach nochmal drüber drüber setzen. Passiert da nichts mit. Ja, die taust sich ja nur aus. Genau. So. Schluck trinken soll ich vielleicht nochmal irgendwo hier vorher. Ich liebe Läuche. Du bist schon mal am Wasser. Nee, wenns. Ach so. Du bist am Wasser. Nö, am Wind. Nur ich bin am Wind. Nee, das war Wind. Ich hab am Wasser. Nein, ich bin am Wind. Ich war jetzt. Äh, nee, dann wasser will ich nicht trinken. Bloß nicht. Na, ich kauf jetzt mal eben auf. Mal gucken. So, mal irgendwie einmal. So, zack. Ich guck mal jemand futtern. Ich guck auch irgendwie. Ja, jetzt siehst du. Jetzt siehst du wieder aus wie. Ja, du war nicht mal umcrusted. Ich hab jetzt wieder fünf Stück. Ah ja, sehe ich auch gerade bei mir. Also beim Neustart ist es dann. Ist auch lebt. Ja. Ich denke mal, das werden sie noch beheben oder so. Aber ich glaube, das ist ein kleinere Übel auch unglücklich. So, genau. Trinken wir nicht. Na, du wirst wieder schlafen. Mit einer Maus los hier. Was ist denn die so sensibel? Ja. Mit einer Maus. Okay, jetzt komm ich mal. So, ich hau den Hasen noch mal eben hier in den Schar heftig. Und dann können wir von mir aus los. No. Ach so, warte. Ich muss mal eben noch einmal meine Füße im Wasser stellen, damit meine Finger auch sauber sind. So. Bist du bereit? Bist du bereit hier mit mir? Bist du bereit? Ja, ich habe nur 608. Bist du bereit? Bist du bereit? Oh ja. Direkt Blätter sammeln. Direkt Blätter sammeln. Oh ja. Ich habe nur 608. Nein, ich muss nicht. Ich muss nicht. Versteine nämlich auch direkt mit. Man weiß ja nie. Geht man direkt hier hoch. Da kann man nochmal da so ein paar Köpferchen jetzt auch direkt aufmachen. Mhm. Und dann gleich nochmal in der City wollte ich gerade sagen. Quatsch. Die ist ja da. Da in dem Dörfchen. In dem Dörfchen. Poppürfchen. Frässt das Mikro auf. Oh, ich habe blaue Beeren. So hast du blaue Beeren. Cheetah. Dafür mache ich jetzt alle Koffer auf. So, passen davon. Toll. Da ist nicht mal was Gutes drin. Toll. Ich nehme mal eben hier so ein Energy Mix. Oh, das ist der letzte. Nee, da war ich mir dann doch besser auf. Den war ich mir dann doch besser auf. Hast du alle Kofferchen auch gemacht? Jo. Kannst du mal gucken. Hier ist noch ein Snack drin. Oh ja, die brauche ich. So. Hier ist noch Medis. Falls du Medis hier brauchst noch. Hier also war bei mir hier im Koffer. Hast du auch noch ein Koffer? Zack. Und reingucken. Hier ist auch noch was. Habe ich dir gerade so aufgemacht. So. So. Wunderbar. Kann man weiter? Warte. Ich habe auch noch an. Das war noch verflossen. Da ist aber nichts drin. Zwischendurch. Das war noch. Ja, ne? Das ist manchmal echt. Ja. Also du bist schon auf dem Dampfer. Ja, ich habe nicht mehr. Kann nur sein, dass ich gleich was essen muss, weil ich habe noch viel Energie. Ja, ich auch nicht. So. Das ist schon wieder weg. Macht ja nichts draus. Ich habe nur noch ein Energy-Paket und. Ich habe gar kein Energy-Paket. Ich laufe jetzt übrigens in die falsche Richtung eigentlich für der Treuskenn. Aber das ist ja egal. Ja, das ist das andere Haus. Naja, aber ich gehe gleich. Wir haben schon Besuch. Was? Da ist Besuch hinter dem Felsen. Oh. Oh, ja. Doppelt sogar. Ja. Ist egal. Ich mache euch alle blatt. Ich gehe erstmal direkt in die Hocke hier. Du auch? Auch mal Busch. Was? Schleich in der Busch, ja. So siehst du auch aus. Oh. Du siehst echt aus wie ein Schleichner-Wusch. Ja, du auch. Ich schwörst. Was? Jetzt haben wir das noch nicht bemerkt, ne? Warte mal eine Feuerzeuge aus, du Trottel. Mann. Warte mal wieder eine Feuerzeuge. Oh, hab ich mich erschreckt. War die Wasserflasche hinten hier Knack gemacht. Wo sind wir? Irgendwo da hinten. Oh. Komm Busch folgen wir unerfüllig. Oh. Hat er uns? Ne, hat er nicht. War einfach nur so ein. So ein guh-gulock-Schrei. Oh, oh. Ah, jetzt haben sie uns entdeckt. Achtok Geh direkt hin Hallo Kommt zu Kommst du mal Tiengemiss Da andere sind da hinten Ich traue den nicht, deswegen hau ich nochmal drauf Öh Das war das Ach so war noch einer Öh Das hier oben ist, dass ich mich nicht hinterher rennen Weil ich jetzt komme immer die Ich auch nicht, deswegen gehe ich jetzt hoch ich auch nicht ja wo verziehen wir uns durch die büsche hier so warst du noch fackel an ja korrekt alles klar weiter ich habe nur eben meine schon auch um kraft wir immer so du eine hast ich eine habe so total unauffällig was wir so voll am tüchteln ist das ja eigentlich auch eine Hühnlern ist und wie ich noch mal morgen wo ganz nun hier noch voll ich will auch und bei mir nicht da Ach, du cheatest doch. Mann, ey. Oh nein. Scheiße. Jetzt hätte ich mal einmal irgendwie so Medis da. So ein Dreck. So, jetzt mal eine Axt aus. Und ich müsste dringend was schnabulieren. Da warte, bis wir da im Hotel angekommen sind. Im Dörfchen angekommen sind. Oder hast du Riesenhunger? Oder ist das nur wegen der Energy? Riesenhunger. Achso. Ja, dann hast du Kekse noch? Da. Schokoriegel. Die Kekse kann ich essen. Da habe ich auch gerade gefuttert. Die habe ich auch gerade weggeschnabuliert. So, ein Dörfchen ist auch schon direkt hier. Bin ich zwar nur noch halb hungrig, aber ja, ich muss aber mal eine Axt treffen, sonst... Achso, ja, 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 mach das. Mach das jetzt eben am besten. Bin, achso, ja, am besten hinter mir wäre es gewesen. Aber ja. Passt schon. War ja nicht so weit weg. So. Closings natürlich nehmen wir sie mit. Kann ich wieder nicht aufmachen. Aber den, komischerweise. Ja, der ist auch komischerweise. Ja, bei mir wird er zu. Oh, oh. Besuch schon. Wo? Hinter uns. Oder hinter dir. Soll ich anmachen? Ich mach an. Sag du doch, ich mach an. Wer wird eh weg. Das ist egal. Ich will schon. Dass ich nicht brenne. Über umessen. Ey, die Klappe, du mödest viel. So. Achso, die haben wir ja schon. Wie dumm. Ja, eben. Okay, trinken habe ich auch schon, aber das macht nichts. Ich trink jetzt einfach zwei Sola, dann ist, bist du nämlich automatisch wieder, ähm, dann hast du automatisch wieder, ähm, Power ohne Ende. Was hast du genug? Was hast du genug? Trinken. Alles klar. Äh, guck auch, dass du Schoko-Riegel und so weiter kriegst hier, äh. Ja, wenn du nur die Koffer nicht leer machst. Ah. Machst du ja nicht leer. Nur hier so Closings-Zeug und so weiter nehme ich mit. Geld, Geld, Geld. Ich hab nur fast gar keinen Koffer. Keine... Ah. Oh, fucking. Hab ich mich jetzt versprochen. Alkohol. Die Koffer sind doch jetzt alle leer. Und da kriegst du auch nicht alle auch. Äh. 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 Noch mehr Alkohol. Ach, wie schön. Ach, wie schön was du meinst. Dass ich Alkohol heiße. Äh. So. Der war... Der war... Na, nee, man hat mir nicht auch. Oh. Die Koffer sind ja auch hier. Hat ich schon bestimmt, ne? Na, geht auch nicht auch. Alter, erschreckt mich nicht so, du Waldmann. Weil hier sind alle offen. Und der. Echt? Ja. Also, ich hab nicht alle aufgemacht. Also, ich geb gar einige, die ich nicht auflösen konnte. Ja, sind alle offen. Entschuldige. Was brauchst du denn noch? Ich bräuchte was zu essen. Na gut, ich hab ja noch Bärchen. Hast du keine Schokoriegel? Warum hast du keine mitgenommen aus dem Lager? Äh. Wenn da keine mehr sind. Ich früge mich. Vom Regal? Beim Regal? Du Pappkopf. Ich hab doch extra welcher im Regal reingetan. Das ist nicht ganz so schlimm. Ich hab ja Bärchen. Hast du ja noch genug Bärchen. Ja. Alkohol habe ich nicht mehr viel. Bräuchte ich auch. Ach cool, dann sagst du doch mal. Weil ich bin die ganze Zeit Alkohol am wegschnappeln mir. Hallo. Ja, wenn er auf dem Boden liegt, ist das sowieso. Das heißt nicht, dass... Nee, auch so ein Koffer noch und so. 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 Ja, ich bin auch gerade Stoff hier ohne Ende am Sammeln. Aber in der Hölle findet man ja auch immer gut Alkohol oder so. Ja, das stimmt. Die Bären kann ich nicht essen, die Bären auch nicht. Öh, das ist auch nicht. Oh, die sind bei mir blau. Öh, echt? Ja. So, aber bei mir stehen keine Bären mehr. Ich sammle die mal eben. Ja, ja, klar, auf jeden Fall auch. Wenn die blauen Bären sind, solltest du die direkt mitnehmen. Hab ich auch noch Bären? Okay, gar nichts mehr an Bären. Shit, ich hab gar nichts mehr an Bären. Weiß auch nicht schlimm. Oh, die sind auch blau. Ich hab hier weiße Bären. Vor allem. Ich hab hier blau. Dann sagt man mal hier, jetzt hier gerade. Okay, ich hab... Ach, die auch noch nix, ne? Ich hab, ähm... Ja, das ist next voll, sogar 15 schutznächtig. Mir flackern die Bäume irgendwie gerade. Hm, egal. Ich hab überall blaue Bären. Das ist doch die Bärenbaggerin. Die Bärenbaggerin. Hey, ist ne Bärenbaggerin? Wo bist du? Äh, hier irgendwo. Hilf dir? Ah, ich seh dich. Weißt du, ich hab jetzt... Ähm, du hast Besuch mitgemacht. Hast du deine Axt schon umgecraftet? Ja, ja, warte, ich muss aber eben meine Axt holen, weil ich hab jetzt gerade den Beutel. Hm. Vor uns. Er guckt, weiß ich nicht, ob er uns sieht. Ich geh mal in die Hocke. Ne, der sieht uns nicht, oder? Der ist blöd. Siehst du den? Hm, der läuft gerade hinten. Ja, super, jetzt hab ich Kohlen. Mein Morgen, Alter! Oh, Alkohol, Alkohol. Wo? Im Häuschen bei mir. Hä? Wo? Oh, da kommen mehrere. Ja, von der Seele. Soll ich mal vorwunder gehen? Hä? Komm, ich drück eh. Vorwunder. Alter, wie du lässt los? Ey, der fällt nach unten. Ach nee, bist du. Oh, schon direkt den Sound hier. Weiße. So, hier unten. Oh, ich hör direkt was. Oh. Warte, ich mach mal Platz hier. Oh, guck mal, der lässt direkt Geld fallen. Wie geil. Mach mal gegen. Hau den mal. Mir hat der Geld fallen lassen. Ne, warum nicht. Ich nicht? Ne, ist auch nicht schlimm. Ähm, soll ich packe? Oh. Soll ich mir packe? Ja, warte, ich muss eben... Äh, was für den Schrei gehört? Ja. Ähm, Angst. Das war doch das letzte Mal nicht so, oder? Nee. Ähm, ja. Ich hab hier, äh... Nee, komm, ich ess einen Snack hier. Ähm. Ja. Hast du die Axt umkackert? Ich bin grad dabei. Ähm. Das war doch das letzte Mal nicht so. Wo bist denn du? Oh, komm mal. Hallo. Ich mach jetzt Fackel an, damit wir was sehen. Ja, mach mal. Äh, Geld? Geld mitnehmen. Ich... Komm mir doch nicht so nah. Ihhh. Hier müsste ganz viel Alkohol sein. Oh ja. Wie geil, bist du da einsammeln grade? Ja, ja. Ah, geil, ich seh's noch. Das ist cool. Die Koffer. Ja, gut, die Koffer sind mir egal. Ja, dann mach mir die bitte auf. Hm? Machst du mir die bitte auf? Wieso? Wenn er mich einsammeln kann. Ach so, ach so. Ja, lass mich mal... Ja, komm. Ähm, mach ich als erstes auf hier. Und warte, zack. Da müssten Snacks drin sein. Also bei mir auf jeden Fall. Ja. Ich würde voller Geld haben. So. Ähm, Moment. Zack. Und bitte noch nicht holen. Aua! Warum haust du mich? Ich hab gar nichts gemacht. Ach so. Okay. Ähm. Bisschen Angst krieg ich jetzt. Ähm, zack. Und da noch mal zack. Und da zack. Und da zack. Und dann hab ich den ganzen Alkohol, glaube ich, eingesammelt. Ich hab... Ja, ich hab... So, jetzt hab ich auf jeden Fall genug Monotov-Cocktails. Ich hab meine... Und jetzt muss ich noch quäften, darf ich eben schnell? Ja, ja, klar. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir können auch gerne noch ein... Folgenpäuschen erst machen. Und das ist, äh... Mir Jacke wie... Wie gestrüpp. Eine rauchen... Verschrock, äh... Boah, die Höhle ist aber wohl heavy, was? Die waren wir doch schon mal drin. Warum ist denn die hier so... Die Gräuche waren auch nicht so heftig. Ne, ne? Das hat sich schon ein bisschen geändert. Aber die haben ein paar Höhen umgebaut, haben wir ja gesagt. Von daher, äh... Ja, du hörst du ja von oben jetzt, ne? Äh, das kann natürlich sein. Ich mach erst mal ein kleines Feuerchen hier. Ja? Oh ja, ich hab ihn durch. Ja, ich auch. Äh, hallo? Äh... Sticky Strip oder einfach mal. Direkt packel wieder krasten. Was denn? Packel. Ja, ja, mach ruhig. Da brauchst du ja nicht direkt anzünden. Nee, mach ich doch gar nicht. Wenn wir jetzt Folgen vorgemachen, machen wir die Sonne. Du musst mir doch nicht mal so... ...in die Ohren. Oh. Mann. Oh, Lurch, die hab ich schon drauf. Ja, ich hab mich auch gebückt. Dann gehen wir einfach so ein bisschen in die Hocke. Geh nicht so nah dran, sonst brennst du gleich. Ich hab einfach in die Hocke und dann ein bisschen... Und dann los. Ja, siehste. Geht auch, ne? Ja, du und dann, liebe YouTube-Freunde. Jetzt haben wir zwar nur 22 Minuten aufgenommen, aber die Höhle, die ist ja auch... Die ist auch recht groß. Von daher sehen wir uns gleich wieder nach einem kleinen Folgenbäuschen. Und dann schauen wir uns hier nochmal die Höhle an. Und warum denn hier so... Rauchen wir Päusschen oder keins? Was? Rauchen wir Päusschen oder keins? Ah, die ist schon wieder... Alter, hier will ich nicht so lang bleiben eigentlich, ne? Nein, wir können uns das hier in Ruhe schön anschauen und das machen wir gleich. Also, Päusschen, damit seine Nerven ruhig liegen, gehen wir nochmal eben kurz eine rauchen. Denkt dran, wir wollten noch nachher zwei Clips schauen von dem lieben Gronkh. Ja, das ist ja habenlos. Schauen ist ganz... Ich sagte nur von der Zeit her, du Pappnase. Ich muss morgen um neun arbeiten. Alle Werte her, Chef. Ich muss jetzt auch nur ganz, ganz dringend unser Taucheranzug wiederholen. Richtig. Aber wir wollten noch ein bisschen die Höhle jetzt erforschen. Das hört sich ja doch ein bisschen... Ja, Neuer. Kann aber auch von oben jetzt natürlich sein, ne? Und weil wir natürlich so lange leben schon. Ja, natürlich. Ja gut, liebe YouTube-Freunde, dann sehen wir uns gleich wieder bei The Forest. Ja, gestrandet mit der Fee. Überleben mit der Fee. Okay. Wobei sie sehr nach dem Rond ein bisschen aussieht. Naja, egal. Was? Du auch. Achso. Ja gut. Bis gleich und ja, ciao-i-bo-paui. Bye-bye. Ciao.